Unten rechts bei dem runden Ding hier ungefähr. Schneller drehen bitte. Ja, die Partei, wir 2020, DE, EU, aber auch die Basis wird damit zu kämpfen haben, sozusagen, dass einerseits irgendwie rechte Strömungen, sozialparasitäres Gedankengut und neoliberales Gedankengut versucht, die Parteien zu kapern für ihre Splitterinteressen sozusagen. Denn Töde ich durch Sender 1, TDDS 1, war ja erschienen auf dem Sender die Welt klar sehen. Dort finden Sie also die Tour durch die Sender 1, in Teilen 1 und 2. Und die Diskussionen hat man uns gemailt, sozusagen mit der Bitte auch darauf einzugehen. Denn das sind die Dinge, die da erschreckend sind. Dabei war auch so ein Konzept, was man von den Linksradikalen kennt, zu öffentlichen Personennahverkehr völlig kostenlos für alle zu machen, was zur Folge hätte, dass eine drastische Nachfrage nach diesem kostenlosen Angebot entstehen würde. Enormer Ressourcenverbrauch, enorme Mehrkosten und noch mehr Umweltverschmutzung und so weiter. Denn der ÖPNV besteht ja auch sehr viel aus Dieselbussen und solchen Dingen. Also das heißt, das würde ich mal einordnen in sozialparasitäres Gedankengut, weil das ist ja letztendlich wieder, dass sozusagen, ja, letztendlich sollen ja da auch wieder die Besserverdienenden wieder einfach geschröpft werden, um dann für die Masse ein unendlich teures öffentliches Verkehrssystem zu machen, das am Ende nach den Reformen der Next Scientists for Future bald schon niemand mehr brauchen würde. Denn wir müssen ja als Wissenschaftler ganz klar feststellen, dass jede Mobilität eigentlich pathologisch ist. Also jede Mobilität ist eine Pathologie, weil im Naturzustand die Menschen eigentlich nur im ganz engen Umfeld sich bewegen, weil sie dort glücklich sind, weil sie dort alles haben, was sie lieben. Die, die besuchen im Naturzustand, besucht man die Nachbargemeinschaften und feiert mit denen schöne Feste. Ansonsten lebt man in seiner Gemeinschaft und hat dort seine Liebespartner. All die Menschen, die man liebt und schätzt, mit denen man glücklich ist, da braucht man keinen Urlaub auf dem Ballermann. Also Null-Mobilität ist eigentlich das Ziel der Next Scientists for Future. Und da kommt dann natürlich solch ein Signal, wäre dann öffentliche Personennahverkehr kostenlos für alle. Das wäre nicht nur ein sozialparasitärer Aspekt dabei, sondern eben auch ein völlig unvernünftiger und vor allem Erdzerstörende, denn jede Form der Mobilität ist eine große Bedrohung unserer Erde sozusagen. Und auch der sozusagen letztendlich der Atemluft und so weiter. Natürlich ist der Individualverkehr noch schlechter, Aber wenn wir Null-Mobilität erreichen wollen, dann ist sicherlich sozusagen ein Riesenausbau, das ÖPNV, der dann später gar nicht gebraucht wird, sozusagen völlig sinnlos. Ja, und dann, was kam da noch so alles? Was ist das? Was heißt das jetzt? Das kann ich ja gar nicht lesen. Ja, also der Neoliberalismus, das sind ja dann eher unverantwortliche oder verantwortungslose Unternehmer, die sozusagen weiter Profite auf Kosten der Gesellschaft machen wollen, ohne staatliche Lenkung. Ja, also die Leute, die so auf freies Unternehmertum bestehen, das sind eigentlich die Leute, die sagen, ich halte beide Hände vor die Augen und sehe gar nicht, dass mein Unternehmen den Menschen schadet. Ja, also zum Beispiel die Tabakindustrie, die halten halt die Angst vor, die Hände vor die Augen und sagen, wir sind doch unheimlich gut für die Gesellschaft, wir erlauben den Menschen doch Genuss. Dass sie ein Teil derjenigen Industrie sind, die ein Interesse an süchtigen Menschen haben und die deswegen sozusagen zur Ausbreitung von vorteilbringenden Irrtümern, parasitären Memen, von Killerviren des Geistes sozusagen mit Verantwortung verantwortlich sind, weil sozusagen allein dieser Kreislauf, Tabakindustrie und jetzt nehmen wir mal an, früher war das ja erlaubt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es heute mit der Rechtslage ist, aber Tabakindustrie und eine Zeitschrift, ja, dann ist es so, wenn die Tabakindustrie viele Werbespots bei der Zeitschrift bezahlt und die Zeitschrift irgendwann wesensmäßig abhängig ist von den Werbeschaltungen der Tabakindustrie, dann wird es automatisch zu Evolutionsverläufen kommen, dass typischerweise die Journalisten Berichte schreiben, die dazu führen, dass die einzelnen Menschen, die einzelnen Leser tendenziell durch vorteilbringende Irrtümer oder letztendlich auch der Tabakindustrie, gefüllt werden, nämlich durch Irrtümer, durch parasitäre Meme, durch Killerviren des Geistes, die die Menschen dahin manipulieren, einsamer zu werden. Und diese einsamer gewordenen Menschen kaufen dann mehr Tabak und werden dann mehr rauchsüchtig, Schluckwasser. Dadurch fließt dann mehr Geld zurück an die Tabakfirma und die Tabakfirma kann dann wieder Geld fließen lassen im Sinne von Werbeschaltungen an die Zeitschrift und damit an die Journalisten. Und diese unheilvollen Kreisläufe aus suchtorientierter Industrie und Journalisten, die dann sozusagen vorteilbringende Irrtümer weitertragen, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, die die Bevölkerung manipulieren, sozial immer isolierter zu werden, auch sozial unfähig zu werden, eher streitfähig als vertragsfähig zu werden, sozusagen. Die führen dann dazu, dass da Geldkreisläufe in Gang kommen, die allen schaden. Und die Neoliberalen sind die, die einfach beide Hände vor die Augen nehmen und sagen, Nein, Wirtschaft ist ganz positiv für die Menschen. Da gibt es gar keine solchen schädlichen Kreisläufe der vorteilbringenden Irrtümer, der parasitären Meme, der Killerviren des Geistes. Die gibt es alles nicht und deswegen wollen wir freie Wirtschaft sozusagen. Und das dürfen natürlich die Next Scientists for Future nicht zulassen, sondern durch positive Anreize müssen die Unternehmen und die Journalistenschaft dahin gelenkt werden, dass sie den Menschen helfen, glücklicher, gesünder zu leben. Und also wenn es Verdienstzuschüsse nur noch für Unternehmen gibt, die Lebensqualität, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und gleichzeitiges Wirtschaftswunder, denn weniger kranke Menschen, weniger suchtkranke Menschen bedeutet Wirtschaftswunder automatisch. Wenn solche Daten über die Zuschüsse an die Firmen entscheiden, Verdienstzuschüsse, besseres Wort statt Subventionen, gezielte Subventionen wären das ja sozusagen, impulsgebende Subventionen oder lenkende Subventionen. Ne, nennen wir es besser Verdienstzuschüsse. Ja, die, weil dann sich ja auch diese Firmen tatsächlich auch nachweislich verdient gemacht haben um die Bevölkerung, um das Wohlergehen der Bevölkerung. Da diese Selektion und Lenkung von Wirtschaft ist zwingend nötig, dieses planwirtschaftliche Element ist unbedingt nötig für echte Linke und echte soziale Politik. Ja, und dafür stehen nun mal die Next Scientists for Future. Ja, und die Rechten, die stehen eigentlich für den Hass und Zorn. Ja, Hass und Zorn. Hass und Zorn sind wesensmäßig rechte Dinge sozusagen. Ja, die bösen Reichen haben sich gegen uns verschworen, die bösen Juden haben sich gegen uns verschworen. Das spielt dann gar keine Rolle, ob es sich dann um linksradikale Verfassungsfeinde handelt oder rechtsradikale Verfassungsfeinde handelt. Sie sind, das ist völlig egal, die sind beide fast identisch. Rechtsfaschisten, Linksfaschisten sind praktisch identisch, weil es immer darum geht, Hass auf Reiche zu schüren. Und Hass schüren in einer Gesellschaft ist eine Straftat. In einer demokratischen Gesellschaft ist eine Straftat, ja, sozusagen. Und jede Partei, ja, der Professor Meuthen bei der AfD hat ja gestern und vorgestern alles versucht, die ganzen Rechtsradikalen, also diese hasserfüllten Verschwörungstheoretiker und diese zornerfüllten Leute rauszuschmeißen aus der Partei. Ich kann das nur bestätigen, also bei der AfD gibt es Leute, die wollen am liebsten gewaltsam alles totschlagen, was ihnen nicht passt und so einen neuen Staat aufbauen. Das ist so, da ist also ganz viel Hass, ganz viel Zorn und so weiter. Und das muss rausgeschmissen werden aus jeder Partei. Und die AfD schafft es offensichtlich nicht. Der Professor Meuthen hat es nicht geschafft, denn der spürt das auch, dass dieser Hass und dieser Zorn raus muss aus der Partei. Denn eine Partei, die hassärmeren Parteien wie CDU und Grüne, werden niemals koalieren mit einer AfD, wo die halbe Partei voll von Hass ist. Und es scheint ja die Hälfte Hälfte zu sein, weil Meuthen fand Unterstützung, aber auch die ganzen Rechtsextremisten in der AfD fanden Unterstützung. Also der Hass und der Zorn ist nach wie vor stark in der AfD und die neuen Parteien wie die Basis oder wir 2020 in beiden Varianten dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, auf den Hass reinzufallen. Schluck Wasser. Denn mit Hass, Deutschland zu regieren, das geht nicht. Schluck Wasser. So, dann schauen wir doch uns mal die Kommentare an. Ich hoffe, dass YouTube dieses Bild jetzt schon gefressen hat. Kommentare, also was uns geschickt wurde, das haben wir dann hier reinkopiert. Und ich lese das einfach mal vor und kommentiere das ein bisschen aus Sicht der NextScientistForFuture.de. Was Berufspolitiker betrifft, sehen Sie das leider aus der rosaroten Brille. Was meint der mit Sie oder die Person mit Sie? Wahrscheinlich, ja, ich weiß es nicht. Er meint die NextScientistForFuture oder die Economy for Mankind oder den Moderator oder die Parteimitglieder, wir 2020. Ich weiß nicht, was er meint, aber na gut, also einige in der Tour durch die Sender 1, ist wohl gemeint, sehen das leider aus der rosaroten Brille. Ich möchte das erklären. Ich war vor 15 Jahren in einer Bürgerfraktion kommunalpolitisch tätig, Mitglied des Verbandsgemeinderates, Mitglied in zwei Ausschüssen und stellvertretend im Kreistag. Ich weiß also, wovon ich spreche. Meine Erfahrung in den Ausschüssen. 14 Tage vorher bekommt man die Tagesordnung zugeschickt, um sich damit auseinanderzusetzen. 90% der Ausschussmitglieder kamen zur Sitzung mit geschlossenen Kuvert. Wollen wir mal schauen, was heute ansteht. Das spricht für sich. Bei Abstimmung folgten sie der Vorgabe der betreffenden Fraktionsvorsitzenden. Das ist im Kleinen wie im Großen so. Sind das die Politiker, die Sie, Herr Dillen, Bauchpinseln wollen? Ach so, dann war als Mitdiskutierender die Next Scientists for Future gemeint. Ja, aber es ist doch erst mal gar nicht schlimm. Ja, dass die Leute bei der Abstimmung dem Fraktionsvorsitzenden folgen, ist doch erst mal kein Weltuntergang dann, wenn der Fraktionsvorsitzende sich sehr gründlich in die Thematiken eingearbeitet hat. Und wenn sie dem folgen, am Ende ist es ja auch bei einer Konzeption, wo im Prinzip der Kanzler direkt gewählt würde von der Bevölkerung, wäre das ja auch der entscheidende Staatsmanager dann, ja. Und was er dann vorgibt, wenn dann das die ganze Partei abnicken würde, wäre ja nicht so schrecklich. Also denn sowieso gibt er ja vor, wer überhaupt unter ihm Minister sein darf und so weiter. Also von daher ist das ja jetzt nichts Sensationelles. Natürlich wäre es besser, wenn man den Fraktionszwang ganz verbieten würde oder aufheben würde, damit die dann die Abgeordneten völlig frei entscheiden könnten. Aber sozusagen ein Weltuntergang ist das ja jetzt nicht. Denn im Moment ist es nun mal so, dass wir als Staatsmanager Frau Merkel haben und dass dann auch die Abgeordneten dafür stimmen. Dafür sind es natürlich dann zu viele. Man könnte das ganze Parlament drastisch runterschrumpfen, wenn die sowieso im Wesentlichen einfach nur so stimmen, wie das die Staatsmanagerin für richtig hält. Schluck Wasser. Also erst mal ist das nicht so dramatisch, aber wir wollen ja niemanden Bauchpinsen, sondern wir wollen ja nur aus einer liebevollen Grundhaltung mit den Grünen, mit der CDU koalieren können. Und das geht nicht, wenn man mit solchen Worten versucht, Hass auf die CDU und die Grünen schüren zu wollen. Denn Hass ist keine Grundlage für eine gute, gelungene Kooperation, wo wir ja möglichst viel durchsetzen wollen und die Politiker möglichst zu starken Änderungen bewegen wollen, auch indem wir sie sozusagen in gewisser Weise ausbezahlen. Und glauben Sie mir, schreibt derjenige weiter oder die Person weiter, glauben Sie mir, ein Kommunalpolitiker wird nie, nie im Leben eine Politik für den Bürger vor Ort vertreten, wenn die konträr zur Landes- oder Bundespolitik steht. Dann wäre seine politische Karriere beendet. Ja, so, dann kam die Antwort da drauf. Was die Next Scientist antworten würden, wissen wir nicht, aber als Sender, die vieles der Next Scientist re-uploaden, können wir fragen, wollen Sie also den Hass auf alle Berufspolitiker predigen? Wollen Sie einen Bürgerkrieg gegen die anzetteln? Wollen Sie sich alle zum Feind machen und warten, bis Sie 51% haben und dann die Berufspolitiker anklagen? Oder wollen Sie schnellstmöglich mitregieren und einem problematischen System Verbesserungen abbringen? Ja, dafür wäre ich jetzt. Also mitregieren, einem problematischen System Verbesserungen abbringen, das klingt gut. Alle möglichen Leute versuchen offensichtlich, die neuen Parteien zu unterwandern und zu einem Irrweg des Hasses zu veranlassen. Diese Leute sollen ihr Glück versuchen. Ja, wir leben ja in einer Demokratie, können es ja probieren. Aber die Parteien sollten auch versuchen, solche Leute gar nicht erst in die Parteien zu lassen. Also eigentlich jedes neue Mitglied sollte in der Anfangsphase wirklich durch Telefongespräch auf Herz und Nieren geprüft werden und auch auf die Vergangenheit hin. Denn wenn sich Leute mit Hass einschleichen, dann ist die Partei kaputt. Denn wir brauchen keine zweite hasserfüllte AfD, eine neue Partei der Aussätzigen, mit der ja keiner redet. So was brauchen wir nicht. Ja, sollten diese hasserfüllten ihr Ziel erreichen, dann ist es hochwahrscheinlich, dass die Next Scientists sich von solch einer Partei des Hasses sofort distanzieren werden. Ja, das stimmt. Und dann sind auch die 56 Prozent weg. Nur die Reformkompetenzen der Next Scientists haben 56 Prozent bekommen. Genau, es sind Reformkompetenzen. Es ist sozusagen ein Wissenschaftshandwerk im Bereich Staatsmanagement und Reformdesign. Also eine Reformkompetenz ist es, was die Wähler gewählt haben. Nicht unbedingt eine festgelegte Einzelreform. Ja, und dieser Reformkompetenz haben die Wähler vertraut und zu der haben sie sich begeistert geäußert. Und jede Partei, der wir die Unterstützung unterziehen und von der wir uns distanzieren, wird von allen vernünftigen Wählern grundsätzlich nicht mehr gewählt werden. Schluck Wasser. Und übrig bleiben die unvernünftigen Wähler, aber die reichen gerade mal für 4 Prozent. Michael Ballweg hat das ja erlebt mit 2,6 Prozent, das Desaster. Was es bedeutet, ohne unsere Wählerstimmen auskommen zu müssen. Unsere Fans auskommen zu müssen. Jede Partei ohne die Reformkompetenzen der Next Scientists for Future landet bei maximal 4 Prozent, weil die hasserfüllten Wähler sowieso lieber die AfD wählen. Professor Meuthen versuchte gerade wieder in der AfD alle die hasserfüllten Rechtsextremen rauszuschmeißen aus der AfD, weil er genau weiß, dass das Drinnenbehalten der hasserfüllten sozusagen die garantierte Sackgasse für jede Partei bedeutet. Wenn die neuen Parteien eine neue Heimat für die hasserfüllten werden sollten, sind wir als Fansender weg und wahrscheinlich die Next Scientists auch. Und die neuen Parteien sind schon am Ende, bevor sie begonnen haben. Ja, das ist richtig. Dann geht es jetzt aber noch mal weiter und diesmal jetzt plötzlich ganz anders. Jetzt werden plötzlich nicht hasserfüllte Töne, sondern neoliberale Töne angeschlagen. Noch was, Herr Dillen. Albert Einstein sagte mal, man soll es so einfach machen wie möglich, aber nicht einfacher. Ihre Vision ist so kompliziert und bürokratisch. Nein, das geht gar nicht. Dass da dieses planwirtschaftliche, echte Links- und echt soziale Element der Kontrolle und der Lenkung der Wirtschaft drin ist, das ist ihm natürlich jetzt als Neoliberalen plötzlich wieder zu bürokratisch. Ja, also sozusagen, also hasserfüllt und neoliberal ist eigentlich ziemlich weit rechts. Das gehört in die rechte Hälfte der AfD eigentlich. Ja, und natürlich möchten diese Leute sich auch gerne in den neuen Parteien festsetzen. Ja. Das vergrault mir die Lust am Unternehmertum. Das soll Ihnen ja auch die Lust daran vergraulen, den Bürgern zu schaden mit Ihrem Unternehmen. Ja, das ist auch gut so. Und was Subventionen betrifft, ich denke, er meint eben unsere, oder sie meint unsere Verdienstzuschüsse. Ja, ich möchte keine Verdienstzuschüsse, denn das sind schlussendlich auch wieder meine Steuern, die ich vorher und nachher bezahlen muss. Ja, die werden verwendet, genauso wie die Krankenversicherungsbeiträge zur Lenkung, zum Beispiel der Ernährungsunternehmen in Richtung gesundheitsförderliche Nahrung für alle. Und das sind Lenkungsgelder, das sind gezielte Lenkungsverdienstzuschüsse, nennen Sie es ruhig Lenkungssubventionen oder planwirtschaftliche Lenkungssubventionen. Und die sind unbedingt nötig, weil die einzelnen Unternehmer oft so voll sind von ihren eigenen vorteilbringenden Irrtümern, parasitären Memen, Killerviren des Geistes, dass sie überzeugt sind, zum Beispiel Nahrungskonzerne teilweise überzeugt sind, dass Zucker ein wertvolles Lebensmittel sei. In Wirklichkeit ist es eines der gefährlichsten Gifte, das unsere ganze Bevölkerung krank macht. Und da brauchen wir gezielte Lenkung. Was ich brauche, also was der Neoliberale braucht, ist Einfachheit, unbürokratisch arbeiten, wirtschaften und wettbewerbsfähig auch gegenüber den Großkonzernen zu sein. Ja, es ist ja schön, was Sie gerne als Neoliberaler hätten, aber wenn die Partei neoliberal würde, dann wären wir auch wieder weg und würden uns distanzieren. Also, dass das Neoliberal heißt, Freiheit der Bevölkerung maximal durch unternehmerische vorteilbringende Irrtümer schaden zu dürfen. Und den Kreislauf mit der Zeitschrift habe ich ja eben vorhin schon geschildert, wie gefährlich das ist, neoliberale Unternehmen freie Hand zu lassen. So, die Antwort, die Next Scientists lesen keine Internetkommentare. Richtig, die können Sie nur erreichen über Telefon, aber wir werden denen Ihre Kommentare schicken. Ja, das machen öfters Leute und manchmal greifen wir das auf. Vielleicht antworten die in ihrer nächsten Sendung, ja, machen wir, weil wir nicht viel anderes anstehen haben, machen wir das gerade im Moment. Das machen die manchmal richtig, aber unsere Antwort ist, es sind lauter verschiedene Einzelgrüppchen, die versuchen, die neuen Parteien, ein bisschen rüber kann das wohl noch gehen, die neuen Parteien zu unterwandern und für ihre Kleingruppeninteressen zu gewinnen. Und jetzt kommt hier noch das Grüppchen der Unternehmer, das gerne weiterhin Geschäfte auf Kosten der Bevölkerung machen möchte, ohne staatliche Hinlenkung zum Gutes tun für die Bürger. Ja, das ist ja auch generell bei der Ökonomie von Mankind das Problem, dass denen völlig das Bewusstsein einmal für Konsumsucht als Krankheit der Bevölkerung fehlt, und es fehlt völlig das Bewusstsein für diese Kreisläufe aus vorteilbringenden Irrtümern, parasitären Memen, Killerviren des Geistes und Journalistenschaft und so weiter. Und der Effekt, den das auf die Zerstörung der Fähigkeit der Menschen zum Sozialleben, was das für Folgen hat und so weiter, dafür fehlt bei Ökonomie von Mankind und bei der Gemeinwohlökonomie völlig jegliches Bewusstsein. Und damit halten wir die nicht für, nicht für, ja, letztendlich nicht für zielführend, sozusagen. Nein, mehrheitsfähig ist eine Partei nur, wenn sie weder Politik für die Nichtarbeitenden macht, noch für die rücksichtslosen Unternehmer, die frei von staatlichen Eingriffen weiter Geschäfte auf Kosten der Massen machen wollen. Unternehmer müssen durch staatliche Lenkeingriffe aktiv gezwungen werden, der Masse Gutes tun zu müssen. Die Narrenfreiheit der Unternehmer weiterlaufen zu lassen, ist genauso wenig mehrheitsfähig wie eine Politik für die Nichtarbeitenden. Also, Unternehmer wie Sie wollen die Next Scientist ganz sicher nicht als Wähler. Die Next Scientist sind bodenständige Linke, die eine soziale Politik gegen wild gewordenes freies Unternehmertum wollen. Sehr gut gesprochen. Aber versuchen Sie doch, die neuen Parteien für wild gewordenes freies Unternehmertum auf Kosten der Massen zu gewinnen. Sollten Sie Glück haben, dann sind die Next Scientist bestimmt sofort weg und damit auch unsere 56% der Wähler stimmen. Die sind dann weg und dann gibt es keine Chance für diese neue Partei. Der Doktor der Physik von WIR 2020 und das andere Mitglied aus Hamburg sagten hier in der Sendung, dass das Lobbyistentum beendet werden sollte. Und damit ist gemeint, alle Unternehmer so zu regulieren, dass sie gezwungen werden, der Gesellschaft dienen zu müssen, anstatt irgendwie Profit zu machen, eventuell auch auf Kosten der Gesellschaft. Denn Lobbyismus, ja, das muss ich gerade mal ergänzen, hat ja nur ein Ziel, Gesetzesänderungen zu machen, die der Gesellschaft schaden, der Masse der Menschen schaden, aber dem Profitinteresse des Konzerns nutzen. Also ist es ja unbedingt nötig, um Lobbyismus zu beenden, dass die Konzerne keinen Profit mehr machen können, wenn sie der Gesellschaft und der Masse der Menschen schaden. Und über solche Mechanismen wie Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, ich gucke sie mir gerade nochmal an, über die Steuerelemente, vielleicht finde ich noch eine Inspiration dazu, ja, über solche Messgrößen hier. Wohlfühlstimme habe ich genannt, Gesundheitsaufwandserwartungskurve, tatsächlicher Gesundheitsaufwand, Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens, Sicherheitsstimme. Ja, möglicherweise Beitragsrückerstattung, Sonderbelohnungsprämie, Steuer- und Abgabeleistung, ja, mit solchen Daten kann man einzelne Unternehmen oder Teile der Gesellschaft oder Teile der, ja, der Bürokratien lenken dahin, den Bürgern, der Masse der Bürger dienen zu müssen, sozusagen, ja. Und das ist das, worum es geht, ja, alle in den Dienst der Menschen zu lenken, ja, und das durch gesunde planwirtschaftliche Teilelemente, sozusagen, ja. Und, ja, ich lese das noch kurz zu Ende, nee, wo war ich denn? Hier war ich. Die Next Scientists nehmen der Tabakindustrie die Freiheit weg, Profite auf Kosten der Gesellschaft zu machen. Genauso würden sie ihrem Unternehmen die Freiheit wegnehmen, eventuell unabsichtlich Profite auf Kosten der Gesellschaft zu machen. Denn, das ist vollkommen richtig, denn wenn dieser Unternehmer oder Unternehmerin, wir kriegen die Internetkommentare immer anonymisiert, ja. Wenn da jemand, ein Unternehmer, eine Unternehmerin, unabsichtlich vorteilbringende Irrtümer im Kopf hat, dann wird das Unternehmen unabsichtlich Profite auf Kosten der Gesellschaft machen. Und das müssen wir ja unterbinden, ja. Ohne Lenkung des Unternehmertums gibt das keine gute Gesellschaft. Man braucht und will sie nicht als Wähler. Sie sind nicht von Interesse, ja, denn generell ist die Zahl der Unternehmer, die zur Wahl gehen, so verschwindend gering dagegen, das entscheidet sowieso keine Wahl. Die guten politischen Kräfte wollen nur die Wahlstimmen der verantwortungsbewussten Unternehmer, die auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie selber vielleicht unabsichtlich der Gesellschaft schaden könnten. Aber sie wollen nicht die Wahlstimmen wild gewordener Lobbyisten und Unternehmer, die nur die Freiheit wollen, weiterhin gegen die Gesellschaft Profite machen zu dürfen. Ja, sehr richtig. Ja, dann noch einmal kurz dazu, da hatte ja jemand geschrieben, mit solch drakonischer Askese werden sie keine Wähler begeistern können. Wieso denn nicht? Wir empfehlen ja nur Askese für die, die auf Kosten der Masse der Wähler leben. Und dass die ein bisschen Askese betreiben sollen, das will doch jeder Wähler. Ich kenne keinen Wähler, keinen Steuerzahler, der viele Steuern zahlt, der sagt, ich will unbedingt, dass die Hartz-IV-Empfänger viel mehr Geld bekommen sollen, damit sie noch mehr durch mich verwöhnt werden. Und dafür soll der Staat mir gerne noch viel mehr Steuern abziehen, damit die ganzen Arbeitslosen und darunter auch die ganzen Sozialparasiten und Sozialschmarotzer, damit die noch mehr verwöhnt werden. Ich kenne keine solchen Wähler, tut mir leid. Überzeugen schon gar nicht. Das ist auf lange Sicht nicht mehrheitsfähig. Also da ist jemand, der die Arbeitslosen für die Mehrheit hält. Das kann ich nur als Irrtum einschätzen. Ich mag Krauzköpfe gern, aber nicht jeden Tag. Ja, dann die Antwort. Es ist genau umgekehrt. Mit Verwöhnung der Nichtarbeitenden wird die Masse der fleißig arbeitenden Wähler abgeschreckt. Ja, genau so ist es. Die Mehrheit will keine Verwöhnung von Nichtarbeitenden. Ja, und dann jetzt hier das mit dem ÖPNV. Ja, da wird geantwortet hier, da will da also einer ÖPNV überall jederzeit kostenlos jetzt. Ja, dann die Antwort. Durch die neue Partei sollte die Mobilitätssucht abgebaut werden. Gleichzeitig sollte alle Mobilität teurer werden, um die Mobilitätssucht und Urlaubssucht nicht noch anzuheizen. Ja, man sollte Menschen helfen, wieder glücklich in einem ganz kleinen Umkreis von Wohnen, Arbeiten, Sozialen, Leben zu leben sozusagen. Ja, und ich glaube, das ist jetzt alt. Wenn ich Grundeinkommen von 1300 Euro bekommen würde, würde ich trotzdem noch eine Tätigkeit suchen. Ich glaube, das ist von gestern. Ich glaube, dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Und jetzt kann ich nur noch mal hoffen, dass also unser schönes Bild auch von YouTube erkannt wird. Also wir haben uns den Diskussionen gewidmet noch einmal zur Tour durch die Sender 1 und können nur warnen, liebe die Basis, liebe beide, wir 2020, liebe damit entstehende neue, potenzielle neue große Volkspartei mit einer Prognose von 56 Prozent, zumindest solange die Next Scientist for Future federführend oder maßgeblich beratend als externe Reformer mit dabei sind und quasi den Wählern auch ihre Reformkompetenzen mit anbieten können, sozusagen. So lange kann das gelingen. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr bloß keine rechten Sozialparasiten und Neoliberalen in die Partei als Mitglieder reinlässt. Das sind Splittergrüppchen, gefährliche Splittergrüppchen für jede Partei. Und die drängen natürlich rein. Auch Linksextremisten solltet ihr nicht aufnehmen. Die drängen auch natürlich gerne in die Parteien rein. Aber das ist gefährlich, weil das bedeutet das Aus der Parteien. Ja, das war es ja schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Mit dem Schwerpunkt wieder, lasst uns Deutschland neu regieren und brillant reformieren. Tschüssi! Musik Wir sehen uns beim nächsten Mal.